Hey ho, meine lieben TV-Freunde! Hier mache ich gerade einen Vlog. Dieser Winzey, dieser Winzey, Alza-Schwede! Also, ich möchte heute etwas besprechen, wenn meine Stimme nicht wegbläst. Ich habe es auch schon in die Kanal-Info geschrieben, und ich dürfte es beim neuen Splatoon-Part auch erwähnt haben, dass das Video-Hochladen jetzt etwas stressiger wird, wegen der Schulzeit einfach. Deswegen würde ich ein Verständnis bitten, wenn ich nicht jede Woche ein Video bringe. Aber ich versuche, alles zu machen dafür. Wenn der Upload wie dieses Wochenende immer abschmiert, dann kann ich natürlich nichts machen. Aber gut. Der erste Vlog hier. Es wird natürlich noch ein Video mit Jonas kommen. Da habe ich ja nichts dagegen, aber auch jetzt in der Schulzeit ist es, da wird es auch sehr stressig. Und dieser Winzey, dieser Winzey, ey, dieser Winzey, ey, ey, komm, das ist doch nicht mehr normal. Hallo, das ist doch nicht normal. Okay, auf jeden Fall, diese Vlogs will ich als News-Format machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss Leute, haut rein! Und dann, wir sehen uns das mal wieder. Vielen Dank.